Ja und da starten wir diesmal mit einem echten Notfällchen ins neue Jahr und zwar Katerchen Jonas. Der Jonas, schauen Sie mal, wenn Sie genau gucken, ist quasi ein Halbuhrkaterchen oder ein anderthalbohrkaterchen. Jonas ist jetzt ungefähr zehn Jahre alt und als er gefunden wurde, war er in so einem schlechten Zustand, dass ihm ein Stückchen vom Ohr amputiert werden musste. Das kratzt ihn aber gar nicht und das sieht jetzt auch schon viel besser aus. Auch das mit den Eugleinen, das wird alles noch ganz hübsch werden. Also er wird jetzt jeden Tag schöner und Jonas ist so eine richtige Schmusebacke, also ein richtiger Sofakater. Er würde mit Freigang, würde er schön finden, aber er wäre auch in der Wohnung glücklich. Er ist unglaublich verschmust, deshalb würde er sich wünschen, dass meistens jemand da ist, mit dem er kuscheln kann. Er mag keine anderen Katzen, also er möchte gerne der Einzelprinz sein in seinem neuen Zuhause und er wartet hier im Tierheim in Freiberg auf eine neue Schmusefamilie. Schmussen ist ganz wichtig.